Du musst nicht nervös sein. Bin ich nicht. Sie werden dich mögen. Es gibt nichts Schlimmeres, als in eine Familie einzuheiraten. Er hat vor, dieser Frau den Ehering meiner Mutter zu geben. Besonders in einer Familie wie die Stones. Sie hat diesen Räusper-Tick. Schrecklich. Können wir? Sie stehen schon am Fenster und gucken. Sie haben eine ganz spezielle Art, dich willkommen zu heißen. Hallo, Sie haben ein sehr schönes Haus. Alles nur, um dich besser zu unterhalten, mein Schatz. Tröte nicht so lange rum, schöne Frau. Wir reden nämlich so lange hier über dich. Sie ist total verklemmt. Ich schlafe doch nicht mit dir in einem Bett im Haus deiner Eltern. Getrennte Schlafzimmer, das ist so lächerlich. Werden Everett und Meredith etwa heiraten? Vier Worte. Zweites Wort. Imker. Ring. Braut. Immer die Brautjungfer, niemals die Braut. Die hassen mich. Sie hassen mich. Die haben dich eben erst kennengelernt. Mir war klar, dass ihr sie auf die Probe stellt, aber das geht zu weit. Meredith zieht ins Hotel. Und ihre Schwester Julie verzichtet auf Weihnachten mit ihrer Familie, um ihr beizustehen. Ich schäme mich für euch alle. Sogar für dich. Hallo. Hey. Hallo. Diesen Dezember. Er wird mich um den Ring bitten. Mom, es reicht. Vergiss doch mal den Ring. Ah! Oh, oh. Tief in dir drin bist du ein Freak. Du lässt ihn bloß nicht raus. Wir werden versuchen, uns wie eine zivilisierte Familie zu benehmen. Love is good, love is good. Ob ihr mich leiden könnt oder nicht, ist mir ganz egal. Ist es dir nicht. Claire Danes, Diane Keaton, Rachel McAdams, Dermot Mulroney, Craig T. Nelson, Luke Wilson und Sarah Jessica Parker. Die Familie Stone. Verlogen, verboten. Oh, oh. Was ist denn an euch bloß so toll? Nichts. Wir, wir, wir haben doch nur uns. Und du, du bist die Schlimmste. Ich bin die Schamme. Die Familie Stone. Verlogen, verboten.